Einen schönen Tag. Ja, Hansi Hinterseer ist immer noch fassungslos. Er war früher auch Skifahrer und deswegen trifft ihn diese Nachricht mitten ins Herz. Er hätte nicht gedacht, dass er gleich zu Jahresanfang wieder zum Taschentuch greifen muss. Mit ihren zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck hat Gold-Rosi Mittermeier den deutschen Wintersport wirklich verzaubert. Nun ist sie gestorben. Sie hatte Krebs und wurde nur 72 Jahre, hat Hansi gesagt. Er kannte sie sehr gut und deswegen bin ich jetzt auch für die Familie da. Er sagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht und sie noch in diesem Jahr nicht mehr bei uns sein wird. Er sagt, die gesamte Skiwelt ist traurig.